Du bist ein Ding, ein Ding, 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 vollkommen überflüssig. Würde doch niemandem auffallen, wenn es dich nicht mehr geben würde. Platsch, einfach weg. Kaputt treten sollte man sowas. Kaputt treten. Hör auf, du tust mir weh. Erwin lernte dieses System der belohnten Lüge so perfekt zu beherrschen, dass niemand merkte, wie aus dem leisen Kind ein trauriges wurde. Und er wurde unberechenbar. Nicht mehr ausrechenbar für die Schwestern, die begannen, das Kind auf die gleiche hirnlose Art, in der sie es vorher zu lieben, Vorgaben zu hassen. Früher ist es ein Junge gewesen und hat Erwin geheißen, stimmt's? Und dann ist er irgendwann in ein Flugzeug gestiegen, ist nach Casablanca geflogen und hat sich da einen Schwanz abschneiden lassen. Einfach so. Und auch noch meinetwegen, stimmt's, oder? Irine? Marianne? Papa? Wie siehst du denn aus, was ist mit dir passiert? Du weißt doch, dass ich dich immer gemocht habe. Dass ich dich mag, dass ich dich immer mögen werde, liebhaben. Aber es ist zu spät. 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 Oh, 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 oh.